Hallo ihr Lieben, wir haben heute wieder ein neues Video für euch. Wir stylen uns heute nach unserem Sternzeichen. Und wir überprüfen auch, ob unsere Sternzeichen denn zu uns passen. Wir gucken mal, ob da Wahrheit dahinter steckt. Schreibt doch mal unbedingt in die Kommentare, was für ein Sternzeichen seid ihr? Und glaubt ihr da dran, dass man dann so Charakterzüge hat, wie dem Sternzeichen nachgesagt wird? Bin mir da ja noch nicht so sicher. Lasst dem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben da und dann legen wir den Rücken los. Nein, noch nicht. Vorher gibt es noch ein schnelles, schnelles Quiz für dich, ob du denn zugelassen bist für dieses Video. Du hast 40 Sekunden Zeit, um alle Sternzeichen aufzuzählen. Und los. Skorpion, Zwillinge, Schütze, Fischer, Steinbock, Wassermann, Widder, Löwe, Waage. Es fehlen noch drei. Schnell. Ah, Krebs, Jungfrau und, 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 und. Das letzte, was hatte ich noch nicht? Widerwaage, ich hatte das, ich hatte doch schon jedes Stier. Gerade noch so geschafft. Ha. Ich stelle mich euch kurz vor, mein Name ist Sarina, ich bin von Sternzeichen Zwillinge. Und Zwillingen wird nachgesagt, dass sie zwei Gesichter haben. Das ist jetzt nicht unbedingt so positiv, denke ich. Ich weiß nicht genau, wie Menschen mit zwei Gesichtern sind, aber ich kann das von Sarina jetzt nicht bestätigen. Guck mal. Du musst du dich hier mal rasieren, dass man das zweite Gesicht sieht. Ich bin Viktoria und ich bin Skorpion. Cool, oder? Also, ich weiß nicht, ich weiß nicht, welches Sternzeichen das coolste ist. Skorpion finde ich recht gut im Ranking. Und was machen Skorpione? Ich habe keine Ahnung. Naja, Skorpione haben einen Giftstachel. Ich bin nett, wirklich. So, Leute, hier, wir sind ausgestattet und ausgerüstet. Mit ganz vielen Listen, wie diese Sternzeichen aussehen. Ich weiß nicht, wer diese Liste zusammengestellt hat. Ich weiß nicht, wie, äh, Forschungsbeleg diese Listen sind, aber wir halten uns jetzt einfach mal da dran. Ähm, als erstes hier Frisuren. Da steht ja gar nicht dabei, wer was ist. Na, wir müssen ja zuerst raten, das, was du dir jetzt aussuchst, müsste ja dann das sein, was zu dir passt. Okay, also ich würde ja jetzt was mit rosa Haaren nehmen, aber, aber ich finde, das sieht so glatt und perfekt aus. So sehen meine Haare nie aus. Ich bin das zweite am coolsten. Ähm, ich finde, na, ich trage eigentlich am öftesten so ein Duft von den Frisuren. Wie aufgeregt bist du auf einer Skala von 1 bis 10? Ach, ey, das ist ja gar nicht so viel. Ne, das ist schon viel, aber das ist jetzt keine lebensverändernde Sache. Okay, Vicky bekommt die Frisur, die ich ausgesucht habe. Wo bist du? Oh, ich bekomme einen Fischgräten. Wie Elsa. Ha, kannst du das? Du musst mir das jetzt machen. Ey, bestimmt bekomme ich das hin. Weißt du, wie es geht? Nö. Du musst jetzt zwei Teile machen. Doch, ich weiß es wieder, ich weiß es schon wieder. Und dann nehme ich was Dünnes draus. Das kann nicht, das ist voll easy. Mhm. Keine Sorge. Was machst du denn? Äh, kontrollieren. Entschuldigung, könntest du deine Finger einfach hier wegnehmen? Ey, du brauchst meine ganze Frisur kaputt. Bist du schon weit? Nein, ich habe doch gerade erst angefangen. Ich glaube, du solltest dich jetzt erstmal hier entspannen. Mach dir ein Tee. Ah, okay, warte mal. Ich habe Angst, dass ich es vermiese. Ich muss mich schon konzentrieren ein bisschen. Ich bin einfach so schlecht im Flechten. Ich bin so ein Finger-Klaus. Ein Finger-Klaus? Ja, es gibt doch Körper-Klaus und ich bin ein Finger-Klaus. Sehr logisch. Juhu, ich bin fertig. Und ich finde, der ist doch richtig cool geworden. Sieht echt gut aus. Also ich finde es voll gut. Serena ist sehr perfektionistisch, was Frisuren angeht. Aber ich bin zufrieden damit. Ich finde, es steht dir. Ich muss das mal angucken. Sieht echt aus wie so ein Fischschwanz oder wie so ein Meerjungfrauenschwanz. Wolltest du die Buschel? Ich habe mir jetzt einen Messie-Bahn gemacht. Ich hoffe, er ist nicht zu hässlich. Aber ihr seht schon richtig, da fehlt das Wichtigste noch. Eine gelbe Schleife. Welche soll ich nehmen? Hat sie mit Muster oder ohne? Äh, mit. Okay, mach meinen Messie-Bahn bitte nicht kaputt. Ich habe hier sogar so eine Strähne raushängt. Oh, das sieht doch gut aus. Gebt mal eine Schulnote für Wikis Messie-Bahn. Ist er Messie genug? Ist er zu Messie? Ist er Messie hässlich oder Messie hübsch? Das Problem an einem Messie-Bahn ist ja, er sieht fünf Minuten gut aus und danach ist er so plrrr und alles ist wieder kaputt. Wofür ist es jetzt an der Zeit? Outfit. Hm, wofür würden wir uns entscheiden? Ähm, das ist schwierig. Das ist voll schwer. Ist das zweite zu uns oder das letzte? Hallo. Wir haben nicht das gleiche Sternzeichen. Aber wir haben den gleichen Look eigentlich. Ich würde das dritte in der ersten Zeile nehmen. Das würde ich dir aber auch geben. Das passt gut zu dir. Und du? Die zwei letzten in der zweiten und dritten Zeile nehmen. Okay. Auflösung. Oh, meins stimmt. Ich habe echt das Outfit. Ach, und hier ist meines. Das passt aber auch gut zu mir. Das ist mir voll untergegangen so. Bin ich auch sehr schön. Cool, ich glaube, da könnten wir was finden, was passendes. Ich könnte meinen Pulli fast anlassen. Das ist ja mal gut getroffen. Okay, als erstes brauche ich ein Jeanshemd. Check. Dann etwas gestreiftes. Das sieht hier schon mal ganz gut aus. Oder das hier. Ich entscheide mich hierfür. Check. Und bei schwarzen Röcken habe ich auch ein bisschen was zur Auswahl. Ähm, irgendwas ganz basic. Das sieht schon mal gut aus. Und Teil Nummer 3. Also der Rock war schon mal eindeutig. Für den habe ich mich schon entschieden. Aber bei den Pullis finde ich es auch ein bisschen schwierig. Eigentlich der, den ich schon die ganze Zeit anhatte, der passt richtig gut. Dann habe ich noch so einen. Aber der hat ziemlich große Puffärmel. Das hatte sie nicht. Und der hier, der hat so einen Rollenkragen. Das hatte sie auch nicht. Ich kann mich wieder mal nicht entscheiden. Sarina, welchen soll ich nehmen? In alle U und draus bist du. Draus bist du noch lange nicht. Muss erst sagen, wie ein Du bist. Das dauert mir zu lange. Ich behalte den an, den ich anhabe. Ich bin der Papa am besten. Mein Zwillingslook. Sieht doch eigentlich genauso aus wie auf dem Bild, oder? Was war es hier los? Die zwei sind in Spiellaune. Und tschüss. Und hallo. Hallo. Sorry, ich habe nicht so Lust mitzuspielen. Wieso spielst du nicht mit deiner Schwester? Das habe ich doch sehr gut getroffen, oder? Da habe ich einen Schulterklopfer. Zwei, drei, vier, fünf verdient. Okay, was das Ausfit angeht, bist du wohl ein echter Zwilling. Eigentlich hatte ich in Erinnerung, dass ich irgendwo so einen Starbucks-Becher haben müsste. Hm. Hä? Das sieht schlecht aus. Ich habe hier eine heiße Spur. Hiermit habe ich schon mal den Strohhalm gefunden. Das heißt, dieser Becher existiert. Oh, oh. Ich habe da so eine Befürchtung. Ich bin hier gerade beim Pferdefutter. Und ja, stimmt. Den Becher nehme ich ja immer als Messbecher. Äh, ja. Ausklopfen. Geht schon. Und check. Jetzt ist mein Look perfekt. Du siehst so Tumblr aus mit diesem Becher. Ich finde, du solltest jeden Tag damit rumlaufen. Halt, stopp. Können wir noch mal drüber sprechen, wie wunderschön ich einfach diese Frisur gemacht habe? Ich bin sehr stolz auf mich. Ja, ja, ja. Danke auch. Und weiter geht es jetzt mit Haarschmuk. Hoffentlich bekommt Vicky jetzt nicht was super crazy verrücktes, weil das wird dann vielleicht ein bisschen viel sein. Ich muss nehmen, was kommt. Für welchen Haarschmuk würden wir uns entscheiden? Oh, ich will die Krone. Ähm, ich nehme... Ich suche was aus, was ich auch habe. Dann könnte ich sie aufsetzen. Solche Puschels haben wir auf jeden Fall. Ich habe die immer beim Schminken auf. Ich nehme das mit Gänseblümchen. Ja, die Auflösung. Was? Skorpion ist die Krone? Ich wusste ja, dass ich eine Krone verdient habe. Ich bin immer halt die Königin Viktoria. Die Königin der Welt. Was habe ich? Ah, krass. Wir haben beide das, was wir eigentlich ausgesucht haben. Das ist halt echt unsere Sternzeichen-Intuition. Hier sind sie, die Gänseblümchen. Na? Süß. Für mich gibt es leider keine Krone. Okay, ich habe jetzt hier am Handy unsere Lippenstifte, Lippen-Make-ups, die wir gleich bekommen werden. Oh, ich habe hier was richtig krasses. Ombre in drei Candyfarben. Okay, bekomme ich das hin? Da ist schon meine blaue rausgefallen. Ich wollte euch zeigen, ich bin ausgestattet. Upsi. Ich glaube, ich nehme den hier als erste Farbe. Okay, in der Mitte kommt das Lila. Ich sehe aus wie eine Verrückte. Oh, ich habe hier eine glitzernde Angelegenheit vor mir. Okay, drauf damit. Vermutlich werde ich die Hälfte davon einfach essen. So ein bisschen Glitzer zu essen, schadet doch nicht. Nicht zu Hause nachmachen. Sieht da schon gut aus. Das fühlt sich ganz ekelnd an. Als hätte ich Sand auf meinen Lippen. Aber ich finde es sieht cool aus. Du hast es auch schon in den Haaren und eigentlich in den Wimpern und auf deinem Outfit und eigentlich überall. Fertig. Worauf wir alle gewartet haben. Der ultimative Test. Billy findet meine Einhornlippen ganz schön. Welchen Bikini würdest du wählen? Den Meerjungfrauenbikini. Aber ich weiß zu 100% dass er nicht für mich ist. Der ist bestimmt Wassermann oder Fische. Ich nehme den vorletzten. Den hätte ich als zweites genommen. Hä? Du hast schon wieder den richtigen genommen. Und der ist Fische. Das war so klar. Und ich habe den pinken. Hast du sowas ähnliches? Ich gucke nach. Hier drin sind alle meine Bikinis und Badeanzüge. Und mal gucken, ob ich da was ähnliches habe. Ich habe auf jeden Fall ein paar Badeanzüge. Der ist schon mal ein bisschen ähnlich. Ich finde, der ist so ein bisschen ähnlich wie Jungfrau. Wartet mal. Der hier. Der ist vielleicht so ein bisschen ähnlich wie mein Skorpionbadeanzug. Hey, gar nicht. Der ist so rosa. Aber ich finde, der ist im Stil irgendwie. Okay, ich habe noch einen rosa. Den hier habe ich noch. Aber so richtig einen ähnlichen habe ich nicht. Und welchen zählst du jetzt an? Äh, gar keinen. Mir ist kalt. Für welche Torte entscheiden wir uns? Für die erste in der untersten Reihe. Hey, die nehme ich auch. Okay. Mal sehen, wer sie bekommt. Ich. Was habe ich? Ein Schokokokulhub. Auch lecker. Das sieht ein bisschen aus wie ein Schokokakauchen. Hey, du bist so gemein. Bekomme ich meine Torte jetzt, weil ich sie gewonnen habe oder so? Wow. Die sehen so schön aus. Guck mal, meiner sieht so aus. Das ist die Wahrheit. Ich nehme den ersten in der letzten Reihe. Ich dachte, du nimmst einen Traumfänger. Ja, nehme ich jetzt auch. Den ersten. Du hast meinen. Und ich habe Steinbocken. Kissen. Oh. Am hässlichsten ist es ganz golden auf jeden Fall. Findest du? Ich bin das Schwarze am hässlichsten. Aber es geht darum, es ist am schönsten. Jetzt sag ich mal zuerst. Ne, ich sag zuerst. Ich sag zuerst, äh, eigentlich die ganze zweite Reihe. Echt? Ja. Also ich habe überlegt zwischen Lashout und Live Your Dream. Was nimmst du? Live Your Dream. Rosa. Die Ablösung. Nein. Ich habe Lashout und du hast den goldenen. Oh. Lecker. Ich will schon wieder jedes. Ich nehme die ganze erste Reihe diesmal. Ich nehme eben das Sweet Life mit dem Eis. Okay, dann nehme ich das hellblaue. Das zweite. Hm. Das ist doch bestimmt Fische oder so. Du bist hier das Pinke. Und du bist Marmor. Das war meine zweite Wahl. Ich bin immer sehr nah dran an denen, die ich habe. Vielleicht bin ich irgendwie so im Aszendenten auch noch irgendwas. Das hätten wir mit einberechnen müssen. Kennt sich jemand aus mit Aszendenten? Lecker. Ah, Donuts. Ich nehme einen mit bunten Streuseln. Den, den zweiten in der letzten Reihe. Genau, den wollte ich auch nehmen. Okay, dann gucken wir, wer den kriegt. Niemand. Du hast nur den mit Zucker. Und ich habe den weißen. Ich habe ja voll den langweiligen. Bist du ja auch langweilig. Manu. Handyhöhle. Ähm. Donuts. Du bist fies. Dann nehme ich dieses Lila Galaxy. Nein, es stimmt. Und ich habe Flamingos. Die finde ich nicht so schön. Ich finde es so. Wie heißt das denn? Diese Farbe. Lachs? Peach? Aber in hässlich. Das ist ein hässliches Peach. Die Farbe heißt vielleicht Flamingo. Ich finde Flamingos sind in der Realität echt nicht so schön rosa, wie sie immer gezeichnet sind. Ja, die essen Krebse. Deswegen sind sie eigentlich fast rot. Ja, okay. Hören wir auf, über Flamingos zu lästern. Wie findet ihr meinen Skorpion-Look? Schreibt es in die Kommentare. Und natürlich auch Sarinas Zwillings-Look. Wir wollen unbedingt eure Sternzeichen in den Kommentaren wissen. Hat bei euch das zugestimmt? Hat euch das am besten gefallen, was zu euch gehört? Jeder einzelne muss sein Sternzeichen in die Kommentare schreiben. Jeder, der das hier gerade sieht. Lasst dem Video unbedingt einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.